Ich glaube, dass sowohl im Hobby-Kopf als auch der Profi-Kopf jeder wahnsinnig gerne oder viel mit Freitern anfangen kann. Vielleicht ist beim Hobby-Kopf, kennt man vielleicht gar nicht, was für große Steckungen es eigentlich gibt. Aber ich glaube, sowohl in einer einfacheren Küche zu Hause als auch in einer Profi-Küche ist immer spannend, damit sowas dauert, weil man einfach so den Geschmack zu werden ein bisschen erweitern kann.